Hallo Leute! Moin! Servus! Knochen hier, zusammen mit Kaiser Franz. Wir werden jetzt, so wie Milliarden anderer, auch am Stück aufnehmen, wie wir hier durch Legion kloppen. Wir fangen jetzt an mit der Charaktererstellung. Ähm... Ich bin Ali, oder? Ja, klar. Naja, ich hab ja auch einen Hortler, so ist das ja nicht. Hab ich ja auch. Ähm... Gut, dass ich mich vorher voll damit befasst hab, die zwei Monate, wo ich nicht gespielt hab. Oh! Nachtelf! Hey, what the fuck! Mhm. Ach hier, Nachtelf! Ah! Ich hab noch gar nicht durchgeguckt. Okay, Mensch, kein Dämonenjäger sein. Offensichtlich, nur Nachtelf können wir auch. Nur Nachtelfen. Mhm. Okay, auch in Ordnung. Gut, Geschlecht hab ich ausgewählt. Anpassen. Wird geil, wenn das schon die Klamotten so am Anfang hätte und alles, ne? Mhm. Kanal... äh... Kanal... Kanalrat eingeben. Gibt einen Namen an. Oh, TRRR. Ähm... Aussehen. Sieht eigentlich alles recht cool aus, find ich. Mhm. Oder? Ja, find ich auch. Also im Prinzip... Ja, Hautfarbe... Nimmst du richtig dunkel, oder? Nein, ich nehm weiß. Juso-Nazi. Ich weiß nicht, ich überleg grad, weil ich seh hier, gibt's was mit ziemlich, so ziemlich cool mit Narben und so, ne? Mhm. Mhm. Oder auch so mit so grün leuchtenden Narben, die er da hat. Oh nee, weil da oben sieht's dann scheiße aus. Ich weiß nicht, zwei... Willst du irgendwas nehmen mit zwei großen Narben oder irgendwas mit Leuchten, was leuchtet so? Er hat ja vier Narben irgendwie. Nee. Kommt doch ran. Tätowierungen. Hallo, ich red mit dir. Ach, Entschuldigung, ja? Oh mein Gott, die ist schon vollkommen... Nochmal. Ob du was nehmen würdest, was eher so mit großen Narben oder eher so mit kleineren Narben, die grün leuchten? Kleine, die grün leuchten. Okay, gib's ja nur einmal. Ne, zweimal. Einmal ein bisschen heller. Einmal ein bisschen grün. Ne. Okay, ich nehm' ihn so. Ah, Gesicht. Der muss fies aussehen. Der Bart geht mir auf den Sack. Oh, okay, das sieht relativ fies aus. Mit Stirnnarben sieht's ja auch nicht schlecht aus eigentlich. Stirnnarben? Naja. Also gibt's so viel Modifikationen irgendwie? Echt? Okay, ich nehm' ihn so. Frisur. Auch mich eigentlich gar keine. Frisur hab mich nie so interessiert, auf den Scheiße. Das sind ja Dinger, du! Die Hörner. Die Hörner. Die Hörner. Die Hörner. Die Hörner. Die Hörner. ich glaube ich lasse den kollegen irgendwie relativ kurzhaarig ja in zopp ist in ordnung haarfarbe lila bunt weiß das sind also grelle farben ich will eigentlich ich will deshalb finster außen das ist das untere bärte der bart muss weg den ich jetzt hab der muss weg ich will so einen haben wie der psycho typ der sieht ja schick aus so der der erste von also entweder ohne bart da sieht man auch ziemlich krass aus oder den zweiten bart aber da hat er auch gleich so bescheuerte augenbrauen die hier wie theo weigel ich hoffe ich will nö 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 sonst muss ich dich die ganze zeit theo nennen gut dann nehme ich einfach mal ich einfach mal kein bart tätowierungen genauso da geht es schon mal los da hat er am anfang schon eine tätowierung gehabt fällt mir auf weil da gibt es echt ein paar coole mhm tätowierungswahrer so geil ich kann mich gerade nicht entscheiden ich sehe zwei die richtig geil aussehen ja ich glaube ich nehme die tätowierungsfarbe rot sieht das finster aus grün habe ich ja schon weil ich habe schon dieses grün die grünen haben nur mhm obwohl es geil aussieht mit im rot hat es auch irgendwie was rot sieht wirklich cool aus ich nehme mir so ein rot hornart ok die wederhörner die kleinen hörner sehen scheiße aus die letzten diese erinnern mich so an elidan oder so ne nehm ich so ne wederhörner oder welche die voll nach vorne gehen oder wie äh belzebub hier alter sind die riesig ne das sind die elidan dinge oder gar keine hörner gar keine hörner sieht aus als würde ihm die müde fehlen ich nehm keine echt jetzt ja ich glaube ich nehm die wederhörner ja ach die sehen ja eigentlich cool aus am coolsten oh augenbitten gibt es ja auch noch gut dann nehme ich auch eine ooooh die sieht ja geil aus die eine die so übers gesicht geht so schwarz als hat so keine augen mhm ja hab ich auch mach mir nicht alles nach oder also auch nicht schlecht sind ja die mit den grünen leuchten und augen wo die flammen so die so flammen ne mhm ich hätte gerne die schwarze leuchtenden augen du hast ja eh noch einen denn kaiser franz wird in der zeit wo ich äh ich weiße angesichts anderer mein geld verdiene äh wird sie schon mal ein bisschen vorspielen mit dem charakter so dass das alles ein bisschen schneller geht dass sie weiß wo es lang geht und so weiter und so fort mhm müssen wir sie ewig damit aufhalten also nimmst du jetzt die leuchtenden grünen flammen augen ne ich hab äh leicht grünen augen also ich nehm die schwarze äh satan von was gibt es sieht ja f***ing fettig aus sooo äh mit beenden erstellen wir jetzt einen charakter name? habe ich schon ach so ach so ach so ach so ich hoffe ja dass wir überhaupt reinkommen jetzt ne charakterstellung ist das eine reinkommen ist das andere mhm oh ich bin schon 98er dämonenjäger ach fängt man 98 an ja ich bin wirklich mit stufe 1er siehste ich hab nix gemerkt von dem was ich vorher schon mitbekommen hab so ne yes keil sieht die aus du bist eine see ok mhm wir versuchen die welt zu betreten oh jetzt kommt's drauf an let's go oh neues bildchen screenshot mhm 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 .... T jo mhm mhm do oh ja T medio Car siamo r Unzählige Welten hat die Region zu Asche verbrannt. Dennoch seid ihr dem Hof gefolgt. Und nun sind diese ignoranten Sterblichen gekommen, um ihre Erlöser zu vernichten. Unsere Zeit ist knapp. Ich kümmere mich um diese Eindringlinge. Euer Ziel ist jetzt Madum. Finde den Zagarit-Schlüsselstein. Geht jetzt. Doch vergesst nicht, wenn ihr versagt, werden alle Welten brennen. Wow. Bei mir hat das so ein bisschen geruckelt am Anfang. Keine Ahnung, ob man schauberliebt oder so. Mir nicht. Wow. Das sieht ja schon mal schick, schick, schick aus. Ich muss mir mal mal ein Recon ein bisschen zurechtklöppeln. Nicht, dass ich Schaden machen würde, denn ich weiß gar nicht, wie ich den spiele. Du kannst mich natürlich einladen. Du kannst meinen Namen machen. Ich guck mal so um mich herum, aber ich seh dich nicht. Ich hab einen Lua-Fehler, immerhin. Okay. Und wieder ein Lua-Fehler. Von mir erscheinen die ganze Zeit Marotuk. Das bin ich. Hey. Ich lade ihn mal ein. Ja, ich lade ihn mal ein. Machst du. Ja, einladen. Ich hab die ganze Zeit diese beschissenen Lua-Fehler. Das macht mich wahnsinnig, ne? Konnte man früher ausschalten? Ja, wenn ich nur wüsste, wie. Denn ich hab eigentlich alles aktualisiert. Das wundert mich natürlich jetzt auch ein bisschen, ne? Mhm. Also ich zoome mal ein bisschen raus. Mein Mikro, äh, doch relativ weit rauszoomen. Also mehr als heuer. Hast du schon gefunden, wie man die ausschaltet? Ne, ich guck mal. Das wäre echt nett von dir. Also die Waffen sehen ja kätzen dicht aus. Kriegst lebe der... Ey, ich weiß noch, alle wollten immer geleben haben, ne? Jetzt haben alle geleben. Mhm. Ich finde irgendwie nicht. Teufelsrausch. Aha, aha, aha. Das muss man sich irgendwann nochmal... ...einstellen. Mir fällt gerade auf, wir haben keine Gilde. Wir sind so geldenlos. Ach so. Ich kenne da eine coole Gilde, vielleicht nehme ich auf. Ja, ich auch. Also ich kann das nicht finden. Ja, okay, dann kann ich nur hoffen, dass jetzt nicht noch mehr auftauchen. Weil dann müsste ich das morgen mal, äh, bearbeiten. Aber das steht hier überall unbekannt, unbekannt. Äh. Ja, ich glaube, du kommst hier erstmal so nicht raus. Lass uns mal die Quest annehmen hier vorne. Mhm. Oh, Agela. Fick deine Mutter. Das nervt so. Neu laden. Oh, shit. Jetzt habe ich neu geladen, im Sinne von... Neu laden? Ich lade nochmal neu. Vielleicht verschwinden ja dann alle Fehler. Ich weiß es nicht. Was ist das? So. Oh, jetzt habe ich auch. Ja. Gut, ich glaube, da werden wir nicht die einzigen sein. Ich kann... Muss man jetzt halt so durch. Ja. Das ist halt der Anfang, ne? Ey, das... Legion! So. Äh, tötet 15, äh, Dämonen und tauscht das Bonderdennen. Oh, bock. Äh, Moment. So, ich hab schon angekillt. Ich geb ab. Wie du. Hast gekehlt. Bewüstung, Schaden. Es ist voll geil, wenn du diesen Doppelsprung machst, so, ne? Äh, cool, ne? Legen wir los, oder wat? Ja. Ich weiß nicht, äh... Ja, ich doch. Oh, ja, alles klar, wir müssen irgendwie... Wow, wow, wow. Gut, dass man so ein bisschen fliegen kann. Ach, scheiße, warte, 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 warte. Ja. Interface... Was war das? Anzeige? Ne, irgendwas mit... Ich will meine eigenen Ressourcen unten nicht sehen. Ich worte das nicht. Aktion, ne, Aktion, was war denn das? Persönliche Ressourcenanzeige brauchen nicht, seht ihr hier oben. So, zurück zum Spiel. Zapzarab. Bist du das? Ja. Okay. Hier ist schon ein Gegner. Wow, was hab ich gemacht gemacht? Ja, was hab ich gemacht? Ey, was? Ist Schnellplündern nicht an, oder wie? Oh Gott, wir müssen Beute nehmen. Äh, okay, dann müssen wir noch ein paar Einstellungen vornehmen. Warte mal. Äh... Schnellplündern, ja bitte! Puh, wo ist denn Schnellplündern? Ach, hier. Interaktion bei Linksklick, was war denn das nochmal? Interagiert mit rechts über Linksklick? Pff. Äh, äh. Beutefenster bei Maus öffnen, muss er nicht? Äh. Aber ja, klar, natürlich muss man als ein Neu einstellen. Ist ja irgendwie logisch. Äh. Äh, Anzeige. Äh, Sprektoren. Ja, äh, einfach nur schnell durchgucken. Aktionsleisten. Ähm. Untere linke Leiste. Bitte. Cool. Hab ich. Äh, was fehlt noch? Was fehlt hier noch? Irgendwas hat mir grad gefehlt, äh. Die Anzeige der Gegner. Äh, das macht man irgendwie mit... Was macht man das? V? V, das war die... Die Leiste, ne? Hm, ich sehe nur die Backen bei denen. Ich hätte es aber gern als Anzeige in Zahlen. Aha. Das wirst du morgen mal, äh... Alles erkunden. Genau. So, das wirst du morgen erkunden. Äh, zurück zum Spiel. So. Das mal weitermachen hier, bevor die Hals klauen. Jetzt kommen die nach und nach alle, ne? Äh, ich gehe... Äh, ich gehe... Ich denke... Ich muss wieder... Irgendwie... Scheiße. Was ist denn los? Ich... Ich kann nicht mehr steuern. Weißt du wieso? Wieso? Weil ich eigentlich, äh... Das nicht mehr... Gewöhnt bin und ich... Öh, steuern wie beim... Äh, wie bei Dingsdach. World of Warships oder was? Ja. Haha. Scheiße. Also ich metzel hier schon einige so. Ist ja richtig fetzig. Wow. Alter. Du weißt... Okay. Ich brauch den Bumerang, bitte. Ja, ich glaub auch, dass sie sind... Boah, das nächste, was ich mir hole, ist den verdammten Bumerang. Attacke! Oh. Oh. Ach, ist schon tot. Na ja. Jetzt hat er fast noch mit Hunger. Äh, 6 Demonski, äh... Bremi-Brovski-Domski? Das ist so ein Schläger, der... Oh. Da muss man sich aber ein bisschen einfinden, ne? Ja. Also wenn man das jetzt noch gar nicht gespielt hat, so wie wir hier. Naja, das ist jetzt meine... Wie lange spiel ich jetzt? Eine Stunde oder so? Ja. Ja, aber was heißt eine Stunde gespielt? Eine Stunde eingeloggt war ich. Haha. Irgendwie sind die Anzeigen aber anders als früher, ne? Wie meinst du das? Diese Leisten bei diesen Gegnern. Ja, das meinte ich doch. Ich hätte das gern wieder in Zahlen, also als Prozente so, oder... Mhm. Das wäre schon ganz cool. Ups. Aber ist schon irgendwie krass. Ist schon echt interessant irgendwie. Ja. Gut, die haben wir fertig. Ey, wir haben keine Reittiere. Echt? Ich glaube nicht. Kannst du mal gucken? Alter, was ist das? Vorlagen. Reittiere. Aufsitzen. Ich hab natürlich schon mehr Reittiere. Ja, ich muss erstmal hier einen Platz machen. Wir haben also Reittiere. Was vorlagen Reittiere und dann... Was ist das denn? Abbrechen. Du bist ja schon wieder eingeladen. Jetzt ist so... Ja. Ich werde doch gleich vorgelabert. Hi, wir suchen neuen Mitstreiter. Oh Gott. Digga, du wirst recordet, du Moller... Oh, scheiße. Ach, der ist schon tot. Oh, ich hab einen gepolt. Naja, Jäger halt, ne? Ja. Ändert sich nichts. Ich wollte mein Reittier doch sehen. Sammlungen. Ja. Ähm... Scheiße, sie sehen nicht durch. Reittiere, hier. Ähm... Ich zieh mir mal... Scheiße, wo ist mein Raptor? Wo ist mein Raptor? Gröner Raptor? Ja. Grön, ne? Schwarzer Ur-Raptor. Ach, komm, nehm ich den. Obwohl, ich hab noch den Knochenbeißen. Ich zieh mir mal einfach zwei hier rein. Den roten haben wir auch noch. Ach, der schwarze ist ja... Ach, ne, doch, da ist er doch. Kann man hier fliegen? Weiß ich nicht. Oder wir doch mal ein Flugzeug rein. Ich mein Mund. Ich nehme mal meinen Albino-Drachen. Oh, ich hab den Blau-Drachen auch noch. Der ist auch schick aus. Ne, der ist auch nicht. Obwohl, der ist auch eigentlich sehr schick aus. Kannst du fliegen? Warte. Nein. Wohl an denn, ab nach vorn. War doch der Weg hier, oder? Ich weiß nicht, das wird aber woanders angezeigt. Ja, dann müssen wir woanders lang. Sag doch was. Ich lass dich mal vor. Lass mich vor, ich pull alles. Das kennt man ja von dir. Irgendwie, aber... Jetzt muss ich mal gucken, wo die Quest jetzt ist. Hier vorne irgendwie, oder? Mir wird irgendwas hier vorne angezeigt. Ändert das Banner der Legion, das fehlt noch. Ist hier vorne. Ist hier vorne. Wir haben den Legions-Banner noch nicht geändert. Das ist nämlich der Ficker eine ganz gute Sache. Ah. Aber das mache ich als Onkel mal eben klar. Mach klar. Oh. 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 Ach guck mal hier, kannst du gleich die Quest abgeben. Das ist natürlich praktisch. Gibt es irgendwelche Traitor hier? Äh. Hm. Das ist aber Minus Kripp dann. Oh komm, wir machen es mal richtig nubig. Wir ziehen einfach alles an, was einfach nur ein bisschen besser aussieht. Ja, eben. Oder? Ja, machen wir. Machen wir. Ich habe die Taschen natürlich noch nicht zugewiesen jetzt. Ich auch nicht. Oh, schade. Das machen wir also. Machen wir mal in Ruhe. Ja, eben. Äh. Was will er schneisen? Oh, geht schon ab, sagt er. Muss ich mir mit? Ja. Ne, da oben ist was. Trogdivator der Legion. Wir haben noch Mauns. Mh. Da ist was zum Untouchen. Wupp. Holy shit. Was ist denn hier los? Ach, wir müssen die alle beschwören hier. Kann das sein? Meine Truppen gehören euch. Oh, oh. Wir werden beim Aufbau der Wohlhafte helfen. Geil. Oh, der gehört uns. Oder? Ja. Im Moment schon, ja. Im Moment gehört er uns. Nein, das steht ja zu der Sammlung eigentlich hinzugefügt. Fick mich, echt. Alter. Geil. Moment. Wie ist denn das Vieh? Äh. Teufelssäbler. Tö. Tö, tö. Tö. Tö, tö, tö. Tö, 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 tö. Tö, 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 tö. Der ist ja schon in der Leiste. Der ist automatisch in der Leiste und... Gut. Weiß ich. Hab ich ja gesehen. Ja, ich weiß, dass du alles siehst. Warte. Warte, 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 warte. Muss alles seine Geister... Muss alles seine Geister... Muss alles seine Geister... Schatten-Mimik. Ich muss hier Ordnung haben, meinst du? Ach, ja, hab ich auch noch nicht reingeguckt. Ins Büchle. Mhm. Automatischer Angriff. Passiv, passiv, passiv. Das hab ich. Schatten-Mimik, Volksfähigkeit. Äh, hab ich die noch nicht hier? Ne. Vielleicht. Ich zieh erstmal da hin. Ach, das hab ich doch schon drin? Wozu? Okay, schau mal. Ich guck hier nur... Ich glaub, die wichtigsten Sachen, die hat man einfach schon drin jetzt. Hat man ja. Das ist so, wenn man so, äh, einfach so krass auf ist, so voll geil grad, auf das Spiel, so, ne? Schnell weg, oh mein Gott! Wieso? Ups. Ja, hier, da ist noch so ein Steinchen. Mhm. Hau ab da, Alter! Er ist ne Typ. Weiß ich nicht. Hm. Zählt das jetzt für uns auch? Ja, bei mir steht es 5%. Okay. Dann weiter. Ja, ja, machen wir. Hier kann man kämpfen, endlich, eh. Ups. Ich mach mal noch so'n Ding da. Geil. Gefällt mir. Ah, hier, guck mal. Quist. Lass sie frei. Und wie es sich gehört, lesen wir die Questlinie durch. Ihr haltet den folgenden Effekt. Augenstrahl. Augenstrahl, das der für ein Krinker. Du kannst natürlich vorlesen. Näääääääääää. Weißt, äh... Vorlesen kann ja gar nicht lesen. Tötet Inquisitor Sellenschmerz. Und beansprucht seinen Mann. Oh, hier ist die Kiste. Oh, ich hab was bekommen. Aber war nur... Wo war eine Kiste? War nicht viel. bist du drin? ja, ich war drin ich hab auch ne Kiste nein, musst du nicht doch, geschmolzene Küste und dafür hab ich Erfahrung bekommen ja, ja gut, aber Nino-Fragmente drin äh, wo ziehen wir, also wo äh, was wir müssen da runter aber da ist so geil